für mich nichts danke ihr könnt froh sein dass johann euch nicht die finger abgeschnitten hat kann ich auch ein stück dort da bitte in albanien heißt nicken nein und kopf schütteln ja ist das nicht ganz schön kompliziert so im alltag ne doch ach so ihr zwei wollte es also bei uns mit machen ab so fucking lotley also nur du mein bruder auch sicher ich dachte das macht man so in albanien na dann also ihr fangt mit schutzgeld an das ist easy ich fahre zusammen der woche hin zu den leuten so dass sie von uns kommt und kassiert das geld ab alles klar